herzlich willkommen zurück zu minecraft so hier haben wir die dinge drin was das genau ist weiß ich nicht denn stand jetzt nicht so wirklich dabei ich weiß man kann wenn wir die milch irgendwie man kann käse draus machen irgendwie das habe ich jetzt mal hier rein die milch ja was habe ich gemacht ich habe zeigen ich habe ein bisschen abgebaut die marmor da ist überall ist noch so ein bisschen was drin da könnten noch weitermachen ganz kurz gucken ja bleibt mir noch ein bisschen marmor der brennt jetzt hier vor sich hin ich habe mir gedacht wir könnten mal in der zwischenzeit unten den schacht weiter ausbauen denn vielleicht finden wir dort auch noch ein bisschen marmor und wir können das quazit dann abbauen das wir auch benötigen dann für das hütchen marbel auch magle interessiert uns nicht ja machen wir mal machen wir denn das hier am besten das eckchen hier noch weg machen wir es und so und dann reißen wir hier die wand ein bisschen ein so ich glaube das ist schon okay vielleicht der hier noch weg dann können wir das hier schon so lassen dann werken wir das dich mal kurz weg hier haben wir die fackeln plöps katschen wir hier mal noch kurz eine ran und bauen hier rein so jawohl 1 2 3 dann kommt das hier weg ähm hier 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 und hier irgendwie irgendwas stimmt da glaube ich nicht oder äh könnte schon könnte schon stimmen so klack 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 dann weg 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 ähm hübs und hübs machen wir mal so und hier mal die wand so 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 plöps und die fackel planten wir dann auch gleich neu wo ist die axt ach ach dann klappen wir es mal kurz mit der schaufel weg äh ne quasi nicht so der muss hin dann können wir gleich wieder abreißen plöps plöps so so ah okay dann kommt hier ganz wichtig die redstone fackel erstmal wieder hin plöps plöps dann haben wir auch genügend verzieht um dann ähm häuschen zu erweitern plöps so jetzt muss ich mal gucken wie wir das hier am besten machen hm 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 okay guck mal ganz kurz hier sind schon fakten also waren wir hier schon alles klar alles klar so so okay dann das weg das weg na will der nicht weg so hm 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 da müssen wir jetzt ein paar Löcher stopfen so in die festung wollen wir sowieso nicht mehr ja das stimmt noch so dann platzieren wir hier mal nochmal eine Fackel äh dann klopfen wir dich weg plöps da unten wird sie eh schon wieder gerade das ist doch voll in Ordnung was wir hier gerade machen in der Zwischenzeit ähm wird hoffentlich soweit der Quarz fertig sind dass wir schon mal anfangen können äh Quarz ähm den den hier hier unten die Haltestation zu machen plöps plöps ah geht schon da machen wir mal nur kurz das er ist dick äh hab ich viele gemacht so Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, jawohl, eins, zwei, eins, zwei, eins, wackel. So, es soll hier drin ja nichts spawnen. Ähm, anscheinend habe ich doch ziemlich wenig, ich habe, ähm, es war gestern, als ich den Marmor noch gefarmt habe, also einen Tag jetzt Pause gemacht und ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass ich doch ein bisschen mehr Marmor gefarmt habe, aber nun gut. Da habe ich mich geirrt. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Denn, ich glaube, ich weiß sogar, wo ich noch recht viel Marmor abbauen kann. Und ich glaube, unten müssen wir ja sowieso jetzt nichts machen. Hopp, hopp. Jetzt ziehen wir hier mal trotzdem noch meine Fackel. So. So, und dann kommen wir hier jetzt raus. Schön. Okay, das lassen wir jetzt mal so. Ähm. Ja. Hüpfen wir mal wieder zurück. Okay. So. Hopp, hopp, hopp. Und dann bauen wir uns auch eine neue Spitzhacke. Kalkstein, okay. Hops, hops, was bist du? Marble. Das ist hier Marmor, Pflasterstein. Den brauchen wir. Marmor. Und hier bekommen wir aber noch genügend Quazit raus. Und hier hätten wir auch noch genügend Marmor dann zum abbauen. Ist es Nacht? Ich glaube, es ist Nacht. Ja, mal schlafen. Ach, man kann nur nachts schlafen, dann ist es doch wieder. Ach, hier sind sie. Hier sind sie. Ich wusste es doch, ich habe mehr abgefahren. So, Marmor kann hier rein. Dann nehmen wir uns hier wieder mit. Ähm. Du kannst hier mal rein. Braucht man alles nicht. Vielleicht könnt ihr mal wieder schmelzen. Äh, jetzt Zeug. Plöps. Dann haben wir euch noch mit rein. So. Ja. Okay. So. Plöps. So. Plöps. 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 Und plöps. Es ist doch jetzt Nacht, oder? Nein. So. Au. Lechten wir hier unten mal aus. Nehmen wir uns mal die ersten Beine. Oh, ich hoffe, ich hoffe so sehr, dass das jetzt funktioniert. jetzt. Ja. Jawohl. Das geht. Diese Bricks Mar... Plöp. Äh. Marmorziegel. Und... Ähm. die Marble Brick Stairs. Äh. Plöps. 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 Dann machen wir hier... zwei... erst einmal. So. Dann machen wir hier oben Licht. Hier unten Licht. So. Ich baue mir mal... noch ab. Vielleicht kann ich dann gleich wieder... einschmelzen. dann... Dann... frage ich mir gleich mal... den Abbau von euch. Ich meine, Abbau muss ich euch hier... sowieso. So. Euch noch... 16 Minuten. Das passt. So. Machen wir... Machen wir da mal kurz ein. Und zwar wird das... der Boden. Jawohl. so. Hopp, 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 hopp. Hopp. Und jetzt weiß ich nicht... Also, hier wird es auf jeden Fall auch... der Boden... Ähm. Moment, das ist falsch So Und dann kommt ihr weg Genau, so So stimmt's Ähm, jetzt ist nur die Frage, ob ich die Wände Aus demselben Material jetzt mache Weil jetzt die Wände auch noch Noch zu Boden Wenn ich die Wände jetzt auch mit Marmor machen würde Wäre blöd Ich hätte jetzt die Wände nämlich dann mit Äh, anderen Steinen gemacht Nur den Boden nach unten Einmal komplett hier mit diesen Bricks So Plöpp, plöpp Und die Startposition So Wo ist der Knopf? Ja Mh 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 Halt jetzt Doch ein Heiden Arbeit Mh 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 Schienen. So. Hopp. Hopp. Achso. Ich dachte schon, hä, was ist jetzt das Geräusch? Ah, ist doch... Der Boden schaut doch schon so viel besser aus. Ja, machen wir mal nur die Seite hier. Einmal komplett die Seite. Hopp. Hopp. Nein, das war falsch. Ist egal, klären wir jetzt trotzdem einen rein. Und... Einmal hier entlang. Plopp, plopp, plopp. Jetzt weiß ich mich mal gerade. Kann ich aus euch... Kann ich nichts machen. Schade. Den einen Weg machen wir jetzt in der Folge noch fertig. Dann wird das ein bisschen länger. Äh, in der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich was anderes machen. Wahrscheinlich. Andere Steine farben oder so. Na? So. Ja, da werden wir noch eine Menge Marmor brauchen. So. Plöp, plöp. Da werden wir jede Menge Marmor noch benötigen. So. Wir sind hungrig. Aber um das kümmern wir uns in der nächsten Folge. Also Leute. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.